Die Sicherheitslaserscanner RSL400 werden zur Überwachung von Bereichen eingesetzt und zeichnen sich durch ihre Robustheit und viele clevere Funktionen aus. Beim RSL400 rotiert das gesamte Sende- und Empfangssystem. Mit dieser einzigartigen Technologie erreichen die Geräte eine hohe Winkelauflösung von 0,1 Grad und filtern sehr gut kleine und nicht sicherheitsrelevante Objekte. So werden unnötige Abschaltungen reduziert. Auch bei Stößen oder Vibrationen arbeiten die Sicherheitslaserscanner zuverlässig. Zusammen mit der hohen Winkelauflösung macht dies die RSL400 unempfindlich gegenüber Staub und Partikeln. Sollte sich Schmutz auf der Optikabdeckung ansammeln, informiert der RSL400 durch die Clean-Screen-Nachricht im integrierten Display, dass eine Reinigung erforderlich ist. Hierbei bleiben die Sicherheitsausgänge eingeschaltet. Eine Abschaltung der Ausgänge erfolgt erst bei weiter zunehmender Verschmutzung. Sicherheitslaserscanner RSL400 – robust und leistungsstark. Erfahren Sie mehr unter leutze.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017